Ich bin die Kuh-Flüsterin. Ich fühle Dinge, die ihr nicht seht. Die Shakira schielt. Hat die Estefania sich wieder in einem Panzer verkrochen? Riss auch nicht. Ich arbeite drinnen und hör mir zu. Meine Hände funktionieren wie so eine Wärmebildkamera. Bei ihr hast wahrscheinlich nicht gereicht zum Arzt, ne? Doch. Aber für Fälle wie sie brauchte ich eine Ausrede. Elvis, holst du Stöckchen. Unser neuer Nachbar. Ein Herr Wöllner aus Berlin. Ich bin die Belinda. Wir wohnen hier. Sag, was du spontan denkst. Mach nur Spaß. Ich hab überhaupt nichts gedacht. Der Typ fällt unter Sicherheitsstufe 3.2 auf. Und was heißt das jetzt? Keine Ahnung. Na, wie geht's? Schon gut eingelebt? Hey, alles Ficobello. Schön. Wir sind hier übrigens alle total normal. Belinda, ich hab kein BH mehr an. Das kann auch was ganz anderes bedeuten. Frau Pattberg, setzen Sie morgen früh gleich eine Anzeige fürs Amtsgericht auf. Es geht um einen Verstoß gegen die Apothekenpflicht. Boah, muss ich jetzt vor irgendwas Angst haben? Lassen Sie mich kurz überlegen. Ja, vor Läusen. Ja, illegal. Das ist jetzt aber ein ganz großes Wort. Du lebst nicht allein in Oberbreitbach, Belinda. Wir sind eine Gemeinschaft und in einer Gemeinschaft gelten Regeln. Regeln, an die sich alle zu halten haben. So kommt die Kuhflüsterin. Soll ich nicht lieber eine Hebamme rüfen? Und Sie? Sonst irgendein Sport? Ich meine, Austauschsprüche kloppen. Ihr seid die Allerletzten. Ja, wir sind Doppel-Null. Kommt, tschüss. Tschüss. Ein Wunder. Oh Gott. Ein echtes Wunder. Tommi? Was? Altpapier? Liegt da? Genau. Das ist auch schon das Problem. Ich sollte Dolmetscherin werden. Deutsch-Pubertät-Pubertät-Deutsch. Hä? 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 Wir sind hier nicht beim Bund. Von wegen Rumbefehlen und so. Dienstgrad Mutter. Ja, aber nur noch zwei Jahre. Und dann bin ich volljährig. Ja, dein Kopf leider erst in fünf. Ja, das war klar, dass du jetzt wieder mit deiner Mutterkacke kommst. Vielleicht überlegst du mal, warum du immer alles versaust. Weil es mein Job ist? Weißt du was? Du bist gefeuert. Ihre Witzchen sind genauso schlecht wie ihr Beneben. Toll gemacht. Mutti weint. Ach, so ein Quatsch. Kühe können nicht weinen. Kühe können nicht kotzen. Weinen schon. Hier bei uns. Das können Sie nicht wissen, weil Sie aus einer kalten, anonymen, rauen Großstadt kommen. Wir hier wollen nicht immer gleich was, wenn wir nett zum Nachbarn sind. Sie wollen nicht nett zum Nachbarn. Und würden Sie vielleicht für den Rest des Tages Ihre Scheiß-Hanteln mal ohne Äh-Äh-Äh-Äh-Stämmen? Kann es sein, dass Sie mich loswerden wollen? Ungefähr seit dem Tag, an dem Sie das Licht der Welt erblickten. Der Herr Wöllner scheint ja ein richtiger Feingeist zu sein. Falsch. Kapitalist und Tierquäler. Das ist der. Kurze Frage. Worum sollte ich das ausgerechnet für Sie tun? Weil ich Sie darum bitte! Sehr, sehr höflich! Stimmt! Wer könnte Ihnen schon einen Wunsch abschlagen? Und genau darum geht es. Um ständige Provokationen und Grenzüberschreitungen. Ich bin ja schon unterwegs. Belinda! Und schon wieder da. Es geht hier doch nicht um Läuse oder deine Schilddrüse oder irgendwelche bescheuerten Anzeigen. Hier geht es ausschließlich um dein aufgepumptes Ego. Ich komme wegen der Bürgermeisterwahl. Ah, ja, stimmt. Ich habe gehört, Sie kandidieren. Ja, und ich stehe für kurze Wege. Das heißt ganz konkret eine neue Fußgängerbrücke über den Breitbart, weniger Bürokratie und mehr Bürgernähe. Cool, Sie mal kennenzulernen. Ja, das geht manchmal schneller, als man denkt, ne? Ja, ähm, ich spring nur noch schneller unter die Dusche. Kommst du mit? Und deshalb frage ich dich, Jill Cinnamon, willst du meine Frau werden? Auf gar keinen Fall. Ah! Ah! Sie können vielleicht mit Ihren Händen den Menschen reinschauen oder so, aber manchmal, manchmal passt es auch ganz gut, sich einfach nur in sie rein zu versetzen. Stand das heute Morgen in Ihrem Glückskeks? Zweit-Schlüssel bei der Nachbarin deponieren ist weniger peinlich. Ja, ich habe ja hier zum Glück so eine Art Zweit-Schlüssel. Jetzt brauchen Sie noch eine Art Gürtel, sonst sehe ich Ihren Dietrich. Notiz an mich selber, Bier auf Wein, auf Schnaps auf Bier auf Wein, lass das sein. bis zum Glück. Bis zum Glück. Untertitelung des ZDF, 2020